Hallöchen bei Hayley Können wir mal eben schauen Wie weit das ist Bei den Wildtieren Oh bald level up Nicht mehr viel Oh Heißer bin ja hintergegangen für die Partei Ein bisschen Baufreude Quote Verharmung haben geschafft Das war ein riesener Erfolg Nicht bitte die Belohnung Wie sieht das denn aus Warum hat der das so schnell Da Yeah Das sieht ja cool aus Das sieht echt cool So So Bisschen schauen über Ob wir das machen können Mh Mh Jus Heute Mh Jo Heute wird Na Leute, das hätte ich nicht geschafft, nur ein bisschen hat gefehlt. Sonst hätten wir das Event geschaffen, diese Lebensbäumchen. Da kann man die denn machen mit 72 und fast 65. Da haben wir eine Zeit. So, kurz die Tiere gefügt dann. So, dann die Milch mit den lieben Kätzchens. Hatte ich gesagt, er will es voll, es ist immer voll. So, kratzende Fütte. Ein paar Schweinchen, auch ein Speck. So, das ist auch gut geregelt. Und das Blümchen pflanzen. So. Auch damit dann ist es voll. Gehen wir mal gleich zu den Zug läuten. Vielleicht können wir dann ein bisschen was loswerden. Und sagt dann, hier ist es voll. Schauen wir den hier. Schokolade. Und Hammer. So. Ja. Ah, Honig und Kissen wäre schon besser gewesen. Ein Kissen, ein Kissen. Oh, viele Geschenke. Auch ein Geschenk für uns. Versteckt sich hinter ihm eine. Da habe ich die Dame. Hat auch ein Geschenk für. Schön, schön. Dann kommen viele Leute wieder. So, erstmal kurz die Leute hier. Alle verplanen. Und dann gehen wir mal schauen, was es gebracht hat gestern. 10.000 bei den Gehege hier mit den Wildtieren auszugeben. Das wird bestimmt nicht das letzte Geld gewesen sein. Muss man da bestimmt ausgeben. Aber, da können wir nochmal was sammeln. Oh ne, das habe ich gar nicht. Das habe ich auch nicht. Warum wollen alle die Suppe? Milch, wir müssen Milch. Oh Gott, Milch. Jeder will hier Milch. Nochmal zurück. Milch, Milch, Milch suchen. Oha, das ist zu voll. Scheiße. Was brauchen wir nochmal? Der eine. Ich habe nur eine nehmen. Boah, das ist hart. Ähm, wir müssen irgendwas hier produzieren oder so. Was wollte ich irgendwann? Okay. Okay. Ich kann jetzt eine nehmen. Boah, das ist hart. Wir sehen was loswerden. Der Popper. Ja. Brauchen wir den Popper selbst. Ja, doch nicht so. Opsa. So, machen wir das. So. Brauchen wir noch? Kuhmilch. Ich will auch immer. Ich will auch noch eine. So. Ich will jetzt wieder zurück. So. Ähm. So. Oh, das. Wir haben jetzt alle. Oh, jetzt. Geschenke ist noch das. Oh, oh. Was haben wir denn da? Ein Buch. Oh, dieses Land ist wirklich noch gut gepflegt. Perfekt für ein paar Tiere in Not. Okay. Ah, guck mal. Okay. Uh, wir sind schon freigeschaltet? Ich habe noch gar nicht ein Puddelteil gesammelt. Abgeschaltet. Was ist das, um das Tier zu erhalten? Ne, Fetthaus. Uh. Und der ist ja noch umsonst. Das ist er schon. Uh. Feminine, Fett. Du kannst deine Futter mit deiner Farm füttern. Futter mit deiner Farm füttern. Für deine Reserve. Tierhersteller kann man dich gut und sie dann belohnen sie mit EP und tolle Extra. Uh. Die Stadt würde sehen sich die Tiere gerne an. Sie kommen vorbei und lassen die Belohnung für dich da, wenn die Tiere gefallen. Sammle Puzzlestücke, um die anderen Tiere freizuführen. Du bekommst sie bei Derbys von Schiffen und aus Geheimkisten. Du hast mir viel Spaß mit deinen Wildtieren. Ist das jetzt echt nur ein Neffeld? Womit Vulkan? Okay. Okay. Ist das ein Giraffenhauselefant? Okay. Teich mit Stein. Jetzt kostet er was. Kleiner Busch. Du, du, du. Dann kostet das alles dann noch. Oh, ist das so. Ich futter deine... Ach, dafür wurde das alles weg. Mhm. Grau Elefant, braun Elefant, graues Snellfett, gelbe Giraffe, beige Giraffe. Also das sind erstmal die Tiere, die man sammeln kann. Uh. Uh. Das erste Tierchen. Was ist mit dem blöden Busch hier? Kann man das irgendwo mal erweitern, hm? Mal gucken, ob wir jetzt das Futter hinbekommen. Aus was? Aus was? Ach da. 75 Weizen für drei Bündel? Ach du Scheiße. Was soll ich denn 74 Dinger einpacken? einen schönen tag der platz witzig das ist echt ein witz ich hoffe dass wir voll so genug ich weiß gar nicht so gemacht das ist ja so in die weizen Jetzt mal gucken, wo wir den Aufkleber herbekommen. Ja, ich muss hierbei. Was ist noch bei was anderes? Bäumchen, Büsche. Sieht nicht so aus. Aus Kisten kriegt man die auch, okay? Muss man jetzt das Ganze vollständigen? Oder wie ist das dann bei Schiffen? Das ist ja schon mal gut. Wir haben ein Lüpfel. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, like das. Lasst ein Like doch. Abo, wer uns so richtig freut. Bis zum nächsten Mal.